Der spirituelle Name Shiva Shakti. Shiva Shakti ist ein spiritueller Name für Aspirantinnen mit Shiva Mantra oder auch Shivananda Mantra. Shiva ist ein Aspekt des Göttlichen. Shiva heißt auch der Gütige, der Gnädige und der Liebevolle, der Glücksverheißende. Shakti heißt Kraft und Energie. Shakti ist auch eine Manifestation. Wenn du Shiva Shakti heißt, dann kann es zum einen heißen, dass du die Kraft bist hinter Shiva und dass du auch diejenige bist, deren Kraft von Shiva kommt. Und es kann auch heißen, dass du weißt, letztlich deine Essenz ist Shiva und du willst die Shakti von Shiva sein und die Kraft von Shiva ausdrücken. Da die Schüler von Swami Shivananda ihn gerne auch einfach als Shiva bezeichnet haben, kann Shiva Shakti eben auch ein Name sein für Aspiranten mit Shivananda Mantra oder mit Menschen, die einen besonderen Bezug zu Swami Shivananda haben.